Seit jeher hält die Menschheit ihre Geschichte fest. Nun ist es an dir, die gesamte Geschichte in deinen Büchern zu verewigen. Nutze eine neue, einzigartige Form des Tableaubaus, indem du deinen Büchern neue Seiten hinzufügst und überwältigende Kombinationen freischaltest. Behalte dabei deine persönlichen Ziele im Auge, sodass deine Bücher für die Ewigkeit Bestand haben. Die Geschichte der Zivilisation liegt in deinen Händen. Verfasse die Bücher der Zeit. Ab sofort in der Spieleschmiede. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017